Sie können Paragrafen machen, Sie können Artikel schreiben, Sie können die besten Grundgesetze machen. Was Sie brauchen sind die richtigen Menschen, die diese Dinge leben. Kein Mensch schafft Demokratie, es sei denn Sie und ich und wir, jeder für uns. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt ist und man sollte hierbei also den Mut nicht singen lassen. Er hat ja mal gesagt, wenn er sein Dienstzimmer verließ, dann betrete er feindliches Ausland. Ja, ja, feindliches Ausland. In der Bundesrepublik Deutschland, in der Demokratie.